Kein Weihnachten ohne Helene Fischer, am 25. Dezember lieferte die Schlagerqueen im ZDF wieder eine spektakuläre Show ab. Sie rekelte sich im Schaumbad, seilte sich von der Decke ab. Das Highlight des Abends war für viele Fans jedoch das Duet mit Vanessa Mai. Mehr zum Thema Matthias Reim, ich habe einen Haufen Kinder, die alle Geld wollen. Denn dieses Duet ist eine Sensation, Helene Fischer hat einen neuen Partner-Rekordsumme für Fantreffen. Helene Fischer für 20.000 Euro, versteigert zum siebten Mal, bat Helene Fischer die CRM, de la CRM, der Musikbranche auf die Bühne. In der neuen Ausgabe ihrer Weihnachtsshow, setzte die Freundin von Florian Silbereisen, wie jedes Jahr auf jede Menge Sexappeal und eine hochkarätige Startbesetzung. Ein Auftritt, La Dieter, von These dieses Jahr, holte die 33-Jährige auch Vanessa Mai ins Programm. Völlig überraschend performten die zwei Powerfrauen den Matthias Reim-Hit verdammt, ich lieb dich. Eine Mischung, die jede Generation angesprochen haben dürfte. Mit dem Song gelang dem heute 60-jährigen Schlager Baden, 1990 der Durchbruch. Jetzt, 27 Jahre später, verliehen Helene und Vanessa dem Erfolgshit aus den 90ern einen Hauch von Erotik. Während ihrer Performance räkelten sich die Sängerinnen und ihre Background-Tänzerinnen sexy über die Stuhllehne, spreizten ihre Beine auf dem Sitz. Manch einen Fan erinnerte der Auftritt an Dieter, von These oder Christina Aguilera und ihre Kolleginnen, im Video zu die Marmelade. Statt Federbauer und Corsa gewählten Vanessa und Helene allerdings einen bauchfreien Pulli und ein knappes Höschen. Ein kluger Schachzug mit Erfolg Vanessa gilt schon lange als Helenes größte Konkurrenz. Erst im Sommer hatte die 25-Jährige die 8 Jahre ältere Sängerin abgehängt. Mit Regenbogen schaffte es Vanessa an die deutsche Album-Charts-Spitze, Helene Fischer belegte damals nur noch den dritten Platz. Vanessa in ihre Show einzuladen galt als kluger Schachzug von Helene. Denn auch sie ist ein wahrer Publikumsmagnet. Die Schwiegertochter von Andrea Berg lockt vor allem die jüngeren Zuschauer vor die Bildschirme. Und tatsächlich, die Helene Fischer Show holte sich mit der Ausgabe von gestern Abend einen neuen Allzeitrekord.